Heikü von Kobayashi Issa Das japanische Heikü ist nicht eindeutig. Die Übersetzung kann davon abhängen, wie man die Silben gruppiert. Das Heikü selbst lautet in der Originalsprache Und die Übersetzung, die erste, Ab der Mittagszeit ist es etwas schattiger, ein Wolkenhimmel. Und die zweite, Blutegel, Moskitos, Bienen, Eidechsen, auch Ameisen, Spinnen und Flöhe, nicht wahr? Und die zweite, Blutegel, Moskitos, Bienen, Eidechsen, Spinnen und Flöhe, nicht wahr? Und die zweite, Blutegel, Moskitos, Bienen, Eidechsen, Spinnen und Flöhe, nicht wahr? Und die zweite, Blutegel, Moskitos, Bienen, Eidechsen, Spinnen und Flöhe, nicht wahr? Vielen Dank.